Untertitelung des ZDF, 2020 Führe die reinigende Flamme und brenne einen Pfad zur Göttlichkeit. Wie bescheiden. Commander, wir haben ein Problem. Schon gehört. Wie ich das sehe, braucht der Prophet ein Objekt. Den Index zum Aktivieren des Rings. Ich habe eine Bibliothek ähnlich der auf dem ersten Halo entdeckt. Wenn die Ringe gleich funktionieren, müsste der Index dort sein. Ich wette, die Allianz hat das auch schon rausgefunden. Wir sollten Ihnen zuvor kommen, Sergeant. Holen Sie Ihre Männer, wir treffen uns in der Bibliothek. Ja, Ma'am. Ich sichere den Index, Chief. Sie erledigen den Propheten. Jetzt wissen wir alles, was wir brauchen. Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten. Die größte, die man je gesehen hat. Rein in den Tempel und den Propheten erledigen, bevor man uns stoppt. Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten. Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten. Das ist nicht ihr Graf. Aber sie sind willkommen darin. Das war's für heute. Das ist unerhört. Inakzeptabel. Ein Hierarch ist tot, Commander. Sein Mörder war in unserer Hand. Hätten Sie Ihre Phantoms nicht abgezogen? Bezweifeln Sie meine Entscheidung? Nein, Heiliger. Ich möchte nur sagen, ich bedauere, dass die Brutes... Die Reaktivierung der Wache war ein radikaler Schritt, aber jüngste Ereignisse haben bewiesen, dass die Eliten nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren können. Ich leite Ihre Entscheidung an den Rat weiter. Politik, wie ermüdend. Wussten Sie, Gebieter, dass die Eliten mit Rücktritt drohen? Um den Rat zu verlassen? Wegen dieser Unstimmigkeiten? Wir waren immer Ihre Beschützer. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Gerade als wir die Vernichtung der Menschheit feierten, traf uns der schreckliche Verlust eines der Heiligen Ringe bis ins Mark. Trotz unserer Sorgen fanden wir Hoffnung in der Prophezeiung, wir würden andere Ringe finden. Sehen Sie, wie unser Vertrauen belohnt wird. Helo! Sein göttlicher Wind streicht durch die Sterne und treibt alle, die würdig sind, entlang des Wegs zur Erlösung. Aber wo sollen wir beginnen? Schon ewig suchen wir etwas, das die Geheimnisse der Ringe lösen kann. Ein Orakel. Und mit Ihrer Hilfe fanden wir es. Wir haben das Orakel untertänigst befragt. Und es hat uns die Gnade erwiesen, uns den Schlüssel zu zeigen. Sie reisen zur Oberfläche des Rings und holen dieses heilige Symbol. Damit erfüllen wir unser Versprechen. Erlösung für alle! Der Beginn der großen Reise. Wenn der Schild unten ist, begeben wir uns sofort zur Bibliothek. Ich möchte die Reichen nicht warten lassen. Der Mensch, der den Propheten des Bedauerns tötete, wer war es? Was glauben Sie? Der Dämon ist hier? Hm. Warum? Um Rechnungen zu begleichen. Für mich zählt nur, das Symbol zu holen. Hahaha, natürlich. Schild Sektengebeter. Ich hole sie ab, wenn sie fertig sind. In der Mitte dieser Zone gibt es ein heiliges Symbol, unerlässlich für die große Reise. Ich muss es finden. Wir sollten direkt ins Zentrum der Verseuchung. Das Symbol holen und alle Flatt, die wir sehen, vernichten. Der Parasit ist kein Pappenstiel. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Mehr Menschen? Die wollen wohl das Symbol. Aus dem Weggebieter. Ich erledige diese Bestien. Der Feigling ist also nicht dabei. Ich tue mein Bestes, um euch die Flatt vom Hals zu fallen. Der Feigling Der Feigling Der Feigling Der Feigling Erwischt Wissen Sie, Ihr Vater hat mich auch nie um Hilfe gebeten. Der Index ist sicher. Mackenzie Mackenzie, Paris! Sind Sie raus? Hören Sie mich, Marines! Wir haben Probleme. Verdammt! Verdammt! Wie läuft's? Sergeant! Unten bleiben! Johnson! Johnson! Alles okay? Johnson! Johnson! Alles okay? Ein blutiges Schicksal wartet auf Sie und den Rest Ihrer inkompetenten Rasse. Und ich, Tartarus, Häuptling der Brutes, schicke Sie dorthin! Wenn die Propheten hiervon erfahren, sind Sie erledigt! Wenn Sie es erfahren? Hahaha! Na! Sie befahlen mir das zu tun! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist dieser Kerker und all Ihrer Sünden? Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon! Er hier ist Maschine und Mut. Er hält an seinen Können fest. Der andere ist nur Glaube und Fleisch. Lässt sich leicht täuschen. Töte mich oder lass mich frei, Parasit. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz! Es wurde Sie gesagt. Ich habe zugehört durch Fels und Metall und Zeit. Jetzt spreche ich und Sie werden zuhören. Hallo! Ich bin 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns! Höchster Rat! Hierarch der Allianz! Ein Reclaimer? Hier? Endlich! Wir haben viel zu tun! Wir haben viel zu tun! Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren! Bleibt wo ihr seid! Solange ich predige, wird hier gar nichts getan! Falsch! Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen Simulierten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruf feuerbereit! Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben, ist nichts so wertlos wie diese Orakel! Sie wissen nichts von der großen Reise! Und Sie wissen nichts über Eindämmung! Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet! Seine Eindämmung und seine große Reise sind ein und das selbe! Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen! Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung! Wer diesen Ort baute, wusste genau, was er tat! Fehleinschätzung ihrer Absichten führt nur zum erneuten Untergang! Das Ding hat Recht! Halo ist eine Waffe! Ihre Propheten machen einen großen Fehler! Ihre Dummheit hat bereits einen der Heiligen Ringe zerstört, Dämon! Das passiert nicht nochmal! Wenn Sie die Wahrheit nicht hören wollen, zeige ich sie Ihnen! Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird! Wenn man ihn hat, Sie werden an einer Stelle suchen, Sie an einer anderen! Wenn das Schicksal machte, uns zu Feinden! Dieser Ring zu gründen! Der Ring Der Ring Untertitelung des ZDF, 2020